Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2-neutral. Wir begrüßen euch heute nicht zu unserem klassischen Format, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch schon wir gesagt, obwohl ich hier, um ehrlich zu sein, ohne Nils sitze. Also auch das ist ein First-Time heute. Aber wir wollen gerne ein neues Format platzieren und zwar CEO2-neutral Corporate Sustainability Briefing. Und hier möchten wir euch einmal im Monat die relevantesten News aus dem Nachhaltigkeitsuniversum mitbringen, die für euch als Unternehmen relevant sind oder vielleicht werden. Und das aufbereitet von KollegInnen von mir aus dem FED Sustainability Cluster, aus unserer Nachhaltigkeitsberatung von FED. Und heute ist meine liebe Kollegin Alexandra Herget hier. Alex, ein paar Worte zu dir. Du hast, ich finde, einen total spannenden Lebenslauf schon. Ganz viel Hospitality, was sich so bei dir durchzieht. Und wir haben uns ja kennengelernt durch dein selbst gegründetes Unternehmen Tutaka. Ein Marktplatz für nachhaltige Produkte rund um Hospitality. Also wirklich von, was ich gesehen habe bei euch. Also von der Tischdecke über die Schürze bis hin zur Eiswaffe, die ich verkaufen kann. War alles dabei. Sehr beeindruckend. Und seit 2021 bist du auch mit uns zusammen unterwegs. Und seine Nachhaltigkeitsberatung hast du mit uns auch aufgebaut. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wie geht's dir, Alex? Ja, mir geht's sehr gut. Es ist sehr heiß in Hamburg. Aber das macht dir die Stimmung nur noch besser. Und wie geht's dir, lieber Maike? Ich kann mich dem nur anschließen. Also unser Büro hier, wir sitzen ja auf der Ripperbahn. Ich liebe unser Büro. Und es zeichnet sich vor allem durch sehr viel Glas aus. Was bedeutet, dass wir in so einer kleinen Brutzelhütte hier sitzen. Aber man kann sich ja darauf einstellen. Und irgendwie viele kühle Getränke den Tag übertrinken. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei das heute zum ersten Mal verproben. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir uns grob so durch drei Themenblöcke durcharbeiten. Und zwar einmal News des Monats und Regulatorik-Check. Also so ein bisschen What's new this month. Dann wollen wir auch, weil davon sind wir auch immer Fans, irgendwie auch von Sustainability Fails, aber auch von Sustainability Yeys berichten. Da bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Und nochmal ein Learning, was diesen Monat du, ich, wir so gelernt haben. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich würde sagen, Alex, wir starten rein. Ja, ich freue mich auch. Und ab geht's. Was ist im letzten Monat passiert? Wir schauen also zurück. Ende Mai hat die Europäische Union endlich die CSDDD verabschiedet. Also die Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Hier geht es um die Sorgfaltspflichten für EU- und Nicht-EU-Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt und ihre Lieferkette. Und das ist ein echter Meilenstein, den wir sehr abgefeiert haben. Auch abgefeiert haben wir, dass die Erneuerbaren im Rekordtempo wachsen. Das ist eine Neuigkeit, die wir auf Klimareporter gefunden haben. Das ist gut, weil auch so wie fast jedes Jahr der weltweite Energieverbrauch angestiegen ist, auch 2023. Und dass ein erheblicher Teil, ein Prozentteil von diesen zwei Prozent jetzt aber auf Erneuerbare fällt, macht uns zuversichtlich. Und das sehen wir auch bei den Beratungsprojekten, auf denen wir sitzen, dass viele Unternehmen umgestiegen sind oder die, die auch in der Produktion sitzen, auf Erneuerbare setzen. Dann eine weitere Neuigkeit, die uns Freude gebracht hat, ist, dass, und jetzt kommen ein paar Abkürzungen, die IFRS und die EFRAG endlich Leitlinien zur Interoperabilität veröffentlicht haben, also zur Harmonisierung. Diese Namen und Begriffe, Wahnsinn, ne? Genau. Wir haben ein schweres Pflaster hier in Nachhaltigkeit. Und es gibt jetzt diese Leitlinien, um die ISRS, also die Europäischen Nachhaltigkeitsberichtstandards, mit den Standards des International Sustainability Standards Board, also dem ISSB, zu verheiraten. Und dieser Schritt ist wirklich enorm wichtig, damit sich halt nicht nur auf dieses Reporting fokussiert wird bei Unternehmen, sondern auf das, was wirklich zählt. Und das ist ja die echte Veränderung. Also Applaus dafür. Kritik gab es heftig an der Science-Based Target Initiative. Das ist ja eine Organisation, Non-Profit-Organisation. Hier kamen schon im April die Neuigkeiten, dass Unternehmen anscheinend zukünftig CO2-Gutschriften und andere Umweltattributzertifikate auf Netto-Nullziele anrechnen dürfen. Das war eine sehr große Veränderung zu dem bisherigen Kurs von SBTI, weil die das davor nicht erlaubt hatten. Aufgrund von Schwierigkeiten bei Nachverfolgung und Zählung. Da kennen wir ja auch alle diese großen Reportagen in den letzten paar Monaten. Und die Kritik wurde tatsächlich so laut, dass die wieder zurückgerudert sind von diesem Plan. Und aktuell ist das so ein bisschen so ein Battlefield zwischen verschiedenen renommierten NGOs. Also ich verfolge das mit Spannung. Denn die einen sind irgendwie gegen und die anderen sind für diese Pläne. Es ist ein echtes Tauziehen. Und ich finde, dass diese Kritik echt krass verdeutlicht, vor welchen Herausforderungen Unternehmen oder Organisationen wie SBTI stehen. Einmal den Bedarf an rigorosen Standards und dann irgendwie praktische Umsetzungsmöglichkeiten im Einklang zu bringen. Genau das so die News aus den letzten vier Wochen. Vielen Dank. Also ich muss auch sagen, gerade beim letzten, ich finde das, also da merkt man ja auch wieder, dann jetzt wieder auf Organisationen und Unternehmen geschaut. Die Komplexität steigt ja nur noch mehr irgendwie. Und ich bin auch richtig gespannt, wie es ausgeht, weil ich sehe Punkte auch auf beiden Seiten so. Und es gibt ja überall eben vielleicht schwarze Schafe, aber eben auch Organisationen, die das Thema eben auch super, super ernst nehmen. Und ich dann schon sagen würde, dass CO2-Gutschriften eben auch einen Anteil haben sollen. Aber ja, zum Glück müssen wir es nicht entscheiden, Alexandra, sondern können mit Spannung verfolgen, was bei rumkommt. Sollten auch eher die Wissenschaftlerinnen tun, die da wirklich eine Ahnung von haben. Absolut. All right, dann lass uns doch weiterhüpfen. Sustainable Fail und Yay des Monats. Ja, ich fange mal mit dem Fail an und wahrscheinlich sehen das die ein oder andere hier auch genauso. Ich finde, der absolute Fail des Monats ist Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, der das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, also das nationale Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, auf einmal für zwei Jahre pausieren möchte, beziehungsweise deutlich reduzieren möchte, solange bis dann das EU-Recht, was ja in den News schon vorkam, also die CSDDD, umgesetzt ist. Und das geht gar nicht. Das finde nicht nur ich, sondern auch unsere liebe Katharina Reuter vom BNW. Und die hat das, wie ich finde, super gut formuliert. Der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers bremst die Vorreiter der deutschen Wirtschaft und erkauft denen mehr Zeit, die schon heute bei Transparenz und Menschenrechten nicht so genau hinschauen. Und das finde ich wirklich, das trifft es. Ich bin schockiert. Es geht hier auch um eine Signalpolitik und das ist wirklich das falsche Signal. So, vom Downer zum Upper, hätte ich was gesagt. Wir bleiben mal so bei der Politik. Ich feiere sehr die österreichische Umweltministerin, die Frau Gewessler von den Grünen. Sie kann es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass wir Chancen verstreichen lassen, ohne alles versucht zu haben, zu renauterieren. Also die Ökosysteme wieder in einen besseren Zustand zu versetzen. Und deswegen hat auch sie für das EU-Renauterierungsgesetz gestimmt. Und dieses ist jetzt beschlossene Sache. Sie hat da eine Schlüsselrolle gespielt. Auch das war so ein bisschen so ein Krimi. Und jetzt verlangt dieses Gesetz, dass bis 2030 auf 20 Prozent der Flächen Maßnahmen ergriffen werden, die sie wieder in einen natürlicheren Zustand versetzen. Das ist wirklich ein großer Schritt. Und natürlich soll das jetzt erstmal auf nationaler Ebene wieder in Gesetze gebracht werden. Aber das EU-Gesetz ist beschlossene Sache. Und entschlossene Politikerinnen, das ist jetzt das, was wir brauchen. Absolut. Ja, auch wirklich jetzt das alles in die Umsetzung bringen und auch fordern. Und da sind wir dann auch, glaube ich, wieder beim Thema, dass die Katze, die sich so in den Schwanz beißt, viele UnternehmerInnen wollen ja die Regulatorik, damit sie sich dann orientieren können und investieren können. Aber je länger wir uns eben wieder Zeit lassen, das in nationale Gesetze, Regulatorien, was auch immer, Richtlinien umzuformen, umso mehr Zeit verstreicht einfach. Und das ist irgendwie tragisch tatsächlich auch am Ende, weil ich glaube, dass wir es brauchen, damit Bewegung reinkommt in den Markt. Auf jeden Fall. Und last but not least, Learning des Monats. Und ich glaube, das können wir auch so ein bisschen persönlicher machen. Also was war denn so dein Learning des Monats, Alex? Ja, ich hatte ja die Ehre, mal wieder auf unserem Strategie- und Experten-Tag anwesend sein zu dürfen. Das ist ein Event, was FED jedes Jahr organisiert, wo es wirklich darum geht, echtes Fachwissen zu vermitteln von auch externen SpeakerInnen. Und eine der SpeakerInnen war dieses Jahr die Susanne Schubert von Uwex. Die stellen Produkte aus Arbeitsschutz, Sport, Freizeitkleidung her. Meine Kinder haben glaube ich so Uwex-Helme. Daher kenne ich die Marke auf jeden Fall. Und ich fand ihren Vortrag wirklich richtig toll und habe echt einiges mitgenommen. Aber insbesondere, dass der Themenkomplex Nachhaltigkeit in bekannte Mechanismen übersetzt werden muss. Das ist mir natürlich bewusst, aber sie hat das so nahbar dargestellt, dass ich richtig begeistert war. Sie hat gesagt, nutzt bekannte Kennzahlen und Logiken wie Budgets und Kosten, um in diese bekannte Sprache zu übersetzen. Und genau, spricht nicht als nachhaltige S-WertInnen Empfehlungen aus, sondern befiehlt EntscheidungsträgerInnen, selbst Entscheidungen zu treffen. Und sie hat das ganz konkret anhand von der Einführung vom internen CO2-Preis gezeigt. Das als Sensibilisierungsmaßnahme, weil jeder kann was mit Euro anfangen, aber wenig mit CO2. Also was bedeutet eigentlich 500 Tonnen CO2? Aber jeder weiß, eine Tonne CO2 sind auf dem Börsenmarkt 90 Euro. Und dann kann man das halt umrechnen. Und das fand ich wirklich einen sehr, sehr beeindruckenden Weg, Nachhaltigkeit auch zum Anfassen zu machen. Und ich weiß, dass Susanne war ja auch, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr hier im Podcast. Und ist auch eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich. Also wer da nochmal reinhorchen möchte, das empfehle ich sehr. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Und ich habe auch das Gefühl, vielleicht lohnt es sich auch, tatsächlich nochmal eine zweite Folge mit ihr aufzunehmen. Und dann mal so, was dann danach passiert ist. Und mittlerweile, weil da hat sich auch eine Menge getan bei ihr, seitdem wir sie zuletzt im Podcast hatten. Das ist, glaube ich, ein schönes Tool, das ich mir mitnehmen kann tatsächlich aus der Folge. Cool. Genau, also das war so mein Learning des Monats. Ich hatte natürlich noch andere, aber ich muss mich ja hier auf eins begrenzen. Auf jeden Fall mein Highlight. Ja, voll. An sich der ganze Tag war wirklich wunderbar. Vielleicht können wir auch nochmal so ein bisschen rausstellen, gerade im Nachhaltigkeitskontext, wer denn auch so gesprochen hat und da auch nochmal so ein bisschen rauspicken. Wir haben jetzt mit Susanne angefangen. Wir hatten wirklich tolle SpeakerInnen, auch zu Thema KI, Digitalisierung. Da könnten wir auch schon wieder tausend Formate draus machen, merke ich. Aber vor allem merke ich, Alex, wir sind eigentlich perfekt in der Zeit geblieben. Wir haben natürlich gesagt, zehn bis 15 Minuten. Und ich lese hier, wir sind jetzt bei 14 Minuten angekommen. Das hat großen Spaß gemacht, finde ich. Und ich hoffe, euch HörerInnen auch. Und wenn ihr nochmal einen Formatpunkt habt, wo ihr sagt, das ist ja doch auch mal spannend, einmal im Monat da drauf zu schauen mit ExpertInnen bei uns aus der Nachhaltigkeitsberatung, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne an. Das ist wie immer hier dynamisch und agil anzupassen, was wir hier machen. Aber ich finde, für den Start hat das sehr viel Spaß gemacht, liebe Alex. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in einem Monat zum Update aus, dann schon Juli. Verrückt. Die Zeit, die Zeit. So machen wir es. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben eh gleich ein Meeting, Alex. Genau. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020